Dieses Video beschreibt den Aufbau und die grundlegende Funktionsweise von Wanderfeldröhren. Wanderfeldröhren, abgekürzt TWT aus dem englischen, Travelling Wave Tube, sind Vakuumröhren, die als Mikrowellenverstärker mit hoher Verstärkung, geringem Rauschen und großer Bandbreite eingesetzt werden. In älterer Literatur werden TWTs als Mikrowellenröhren des Typs O bezeichnet. Es handelt sich um Röhren mit linearem Strahl, das heißt, das magnetische Feld verläuft parallel zum elektrischen Gleichfeld der Anodenspannung. Es gibt zwei Haupttypen von TWTs. Die Wanderfeldröhre mit Wendelleitung, Helix, ist ein Gerät mit relativ geringer Leistung, das in der Regel im Bereich zwischen 10 und 100 Watt arbeitet und extrem breitbandig arbeiten kann, oft über zwei Oktaven. Die Bandbreite von einer Oktave wird erreicht, wenn die obere Grenzfrequenz doppelt so groß ist wie die untere. Die TWT mit einer Verzögerungsleitung aus gekoppelten Hohlraumresonatoren kann HF-Leistungen von mehreren Megawatt erzeugen, aber ihre Bandbreite ist auf etwa 10 bis 20 Prozent der Mittenfrequenz begrenzt. Das Konzept der Elektronenkanone, des Elektronenstrahls und des Kollektors ist bei allen TWTs gleich. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede bei den HF-Schaltungen. Trotz dieser Unterschiede bleiben die Funktionsprinzipien dieselben. In diesem Video konzentrieren wir uns auf den Betrieb einer Wendel oder Helix TWT. Die Grafik zeigt den für einen Betrieb erforderlichen elektrischen Aufbau. Alle Komponenten der Wanderfeldröhre, einschließlich der Elektronenkanone, des HF-Interaktionsraums und des Kollektors, befinden sich, wie es sich für eine Elektronenröhre gehört, in einem Hochvakuum. Das Vakuumgehäuse ist bis zu einem Bereich von 10 hoch minus 9 Millibar evakuiert. Für die elektrischen Durchführungen zur Elektronenkanone und zum Kollektor sowie für die Fenster am HF-Eingang und Ausgang wird ein Keramik-Hartlötverfahren verwendet. Die Elektronenkanone ist vom Aufbau her ähnlich wie bei allen Kathodenstrahlröhren. Sie besteht aus einer indirekt beheizten Kathode, die auf eine Temperatur zwischen 850 und 1100 Grad Celsius erhitzt werden muss, um die gewünschte Anzahl von Elektronen zu emittieren. Ein Fokus-Syrenda-Venel-Zylinder mit dem gleichen Potenzial wie die Kathode oder einer kleinen negativen Vorspannung bis minus 20 Volt gegenüber der Kathode, lenkt die Elektronen in die gewünschte Richtung. Um die erforderliche Elektronengeschwindigkeit in dem Elektronenstrahl zu erzeugen, werden eine oder mehrere Anoden verwendet. In den meisten Fällen hat auch die Helix ein positiveres Potenzial als die Kathode und wirkt als zusätzliche Anode. Der Elektronenstrahl durchläuft die Anoden durch ein Loch oder ein Gitter und läuft durch die Verzögerungsleitung und die diesen Röhrenabschnitt umgebende magnetische Fokus-Syreinrichtung. Der umgebende Magnet erzeugt ein Magnetfeld entlang der Achse der Röhre, um die Elektronen zu einem schmalen Strahl zu fokussieren. Dieser Magnet kann ein Dauermagnet oder ein elektromagnetischer Spulenkörper sein. Ein Dauermagnet benötigt keine Stromversorgung und sorgt dafür, dass das Magnetfeld immer vorhanden ist, allerdings kann die Stärke des Magnetfelds nicht eingestellt werden, um die Leistung der Röhre zu optimieren. Wenn der einzelne Dauermagnet durch mehrere kleinere Magnete ersetzt wird, verringern sich die Größe und das Gesamtgewicht der Magnetstruktur. Das Gehäuse besteht in der Regel aus Aluminium oder Messing, um den störenden Einfluss von ferromagnetischen Materialien zu vermeiden. Externe Magnetfelder können jedoch das gleichmäßige Magnetfeld im Inneren der Röhre stören und die Wanderfeldröhre beschädigen. Daher hat die Verpackung einer Wanderfeldröhre oft überdimensionale Abmessungen, um solche Störungen fernzuhalten. Da sich der Elektronenstrahl in der Röhre langsamer als mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, muss es eine Möglichkeit geben, die Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Welle zu verlangsamen. Die Geschwindigkeit des Elektronenstrahls in einer TWT beträgt etwa 10 bis 50 Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Die Geschwindigkeit hängt von der Kathodenspannung ab, die zwischen 4 und 120 Kilowolt liegen kann. Die Abbremsung erfolgt durch eine Verzögerungsleitung, auf der sich die elektromagnetische Welle auf definierten Umwegen ausbreitet. Der Kollektor in einer TWT ist eine Spannungselektrode, die oft auf Massepotenzial liegt. Die anderen Elektroden haben im Vergleich dazu ein hohes negatives Potenzial. Wenn es kein Eingangssignal gibt, muss die gesamte Energie des Strahls im Kollektor abgeleitet werden. Da das Fokus-Sirende-Magnetfeld hier nicht mehr wirkt, stieben die einzelnen Elektronen sofort auseinander und landen in einem Bereich des Kollektors. Um die Abwärme bei hohen Leistungen zu bewältigen, ist eine Zwangsluft- oder Flüssigkeitskühlung des Kollektors erforderlich. TWTs mit hoher Leistung verwenden häufig mehrstufige Kollektoren, wie in der Abbildung dargestellt. Das Bild zeigt ein mögliches Schaltungsbeispiel für eine typische Wanderfeldröhre mit einer Wendel. Der Strahlstrom wird durch die Gitterkathodenspannung gesteuert. Dieses Gitter kann verwendet werden, um eine Amplitudenmodulation zu erzeugen oder die Röhre mit einer negativen Vorspannung komplett zu sperren und so einen Pulsbetrieb zu ermöglichen. Die Sperrspannung wird dann mit einem positiven Rechteckimpuls überlagert. Die Schaltung, die das Steuergitter ansteuert, wird dann auch als Gittermodulator bezeichnet. Bei modernen TWTs ist die Strahlfokussierung voreingestellt und muss nicht vom Anwender eingestellt werden. Ist die Fokussierung jedoch einstellbar, sollte die Röhre zunächst mit einem niedrigen Strahlstrom bzw. Kollektorstrom betrieben und die Strahlfokussierungsmagnete auf einen minimalen Spiralstrom eingestellt werden. Zwei Hochspannungsversorgungsblöcke sind notwendig, um Anodenstrom und Kollektorstrom unabhängig einstellen zu können. Die Anodenspannung ist hier auch die Wendelspannung und sollte auf einen minimalen Strom eingestellt werden. In der folgenden Beschreibung werden wir den Lauf der Elektronen von der Emission aus der Kathode bis zum Aufschlagen im Kollektor verfolgen. Bei der Helix-TWT hilft es, das HF-Verhalten zu erklären, wenn man zunächst die Ausbreitung der elektromagnetischen Welle auf einem geraden Leiter über einer Grundplatte betrachtet. Befindet sich der HF-Generator am linken Ende der Übertragungsleitung und eine angepasste Last am rechten Ende, dann bewegen sich die Ladungs- und Feldmuster mit konstanter Amplitude nach rechts. Elektrische Feldlinien erstrecken sich von Regionen mit positiver Ladung zu Regionen mit negativer Ladung. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit entspricht ungefähr der des Lichts und ist unabhängig von der Frequenz, Feldlinien des HF-Magnetfeldes werden nicht dargestellt oder berücksichtigt, da diese auf den Elektronenstrahl im Vergleich zu den von den elektrischen Feldern erzeugten Kräften unbedeutend sind. Als nächstes ziehen wir den Maßstab der Ausbreitung etwas auseinander und wickeln dann den Draht zu einer Spirale. Für jede halbe Wellenlänge sind zwei vollständige Windungen erforderlich. Bei der Wendelleitung, Helix, ist die axiale Ausbreitungsgeschwindigkeit V-Index p des HF-Signals etwa die Lichtgeschwindigkeit multipliziert mit dem Verhältnis des Abstandes zwischen den Windungen, der sogenannten Wendelsteigung, zum Umfang einer Windung der Wendel. In der Mitte der Helix bewegt sich der Elektronenstrahl aus der Elektronenkanone in Richtung des positiv vorgespannten Kollektors. Das hohe Spannungspotenzial zwischen Kathode und Kollektor beschleunigt die Elektronen in Richtung zum Kollektor. Der Elektronenstrahl wird durch das starke Permanentmagnetfeld fokussiert. Das Magnetfeld verhindert, dass sich die Elektronen im Strahl durch ihre negative Ladung gegenseitig abstoßen und auf die Helix treffen. Ohne ein hochfrequentes Eingangssignal behält der Elektronenstrahl eine gleichmäßige Dichte und Geschwindigkeit der Elektronen bei. Die Geschwindigkeit eines Elektrons im Strahl ist die Quadratwurzel aus zweimal der Elektronenladung E, E ist 1,602 mal 10 hoch minus 19 Coulomb, geteilt durch die Masse eines Elektrons, M ist 9,109 mal 10 hoch minus 31 Kilogramm, multipliziert mit der Anodenspannung UA. Diese Elektronengeschwindigkeit soll gleich groß der axialen Ausbreitungsgeschwindigkeit der Hochfrequenz sein. Wenn ein HF-Signal an das linke Ende der Wendel angelegt wird, breitet es sich mit einer Geschwindigkeit nahe der Lichtgeschwindigkeit auf einer spiralförmigen Bahn entlang des Leiters aus. Die durchschnittliche Geschwindigkeit in axialer Richtung, die sogenannte Phasengeschwindigkeit der Wendel, in der Regel mit V und dem Index P bezeichnet, ist die um die Steigung der Wendel reduzierte Geschwindigkeit in axialer Richtung. Um deren Feldlinien besser zu sehen, ist die Wendel hier aufgeschnitten dargestellt. Die elektrischen Feldlinien verlaufen von Bereichen mit positiver Ladung zu Bereichen mit negativer Ladung und sind ähnlich aufgebaut wie bei der eindrettigen Übertragungsleitung. Da die Bereiche mit positiver und negativer Halbwelle der HF-Schwingung aber jetzt dichter zusammenliegen, entsteht im Inneren der Wendel ein Wechselfeld mit starken axialen Komponenten. Die Feldlinien repräsentieren eine Kraft, die von den negativen Bereichen weg zu den positiven Bereichen gerichtet ist. Diese Kraft wirkt auf die Elektronen im Elektronenstrahl. Wenn die axiale Geschwindigkeit der Wellen in der Spirale und die Geschwindigkeit der Elektronen im Elektronenstrahl nahezu gleich ist, wirkt eine kontinuierliche Kraft in Richtung des jeweiligen positiven Bereichs, während sich der Strahl durch die Spirale bewegt. Dieses lokale elektrische Feld hat aufgrund des Abstandsgesetzes einen relativ großen Einfluss auf die Elektronen. Es überlagert sich dem Spannungspotenzial des noch weit entfernten Kollektors. Die axialen elektrischen Feldkomponenten beschleunigen einige Elektronen und bremsen andere ab. Die Zunahme der Elektronenladung vor dem Bereich mit der positiven Ladung und die Abnahme hinter dem Bereich führt zu einer Anhäufung von Elektronen, einem sogenannten Elektronenpaket. Im negativ geladenen Bereich der Spirale sind die Bereiche der Beschleunigung und der Abbremsung vertauscht, wodurch die Effekte durch den positiv geladenen Bereich verstärkt werden. Die Abbremsung in diesem Bild zeigt zum selben Punkt wie die Beschleunigung im vorherigen Bild. Beide Kräfte bewirken eine Anhäufung von Elektronen zur Bildung der Elektronenpakete. Die Elektronenpakete, die sich im Strahl bilden, stoßen mit ihrer Ladung die Elektronen auf der Wendel ab, wodurch sich diese Elektronen in der Wendel sowohl nach rechts als auch nach links bewegen. Die Elektronen in der Wendel bewegen sich mit der gleichen Phasengeschwindigkeit wie die Elektronenpakete im Elektronenstrahl. In Bezug zu diesen Elektronenpaketen werden die Elektronen in der Wendel zu den Orten verdrängt, zu denen der Elektronenstrahl einen Elektronenmangel aufweist. Das führt zu einer Verstärkung der Ladungsunterschiede in der Wendel und somit zu einer Verstärkung der HF-Schwingung. Die Energie, die dem Elektronenstrahl durch die Verlangsamung der Elektronen entzogen wird, wird auf die Welle im Stromkreis übertragen, wodurch eine Verstärkung dieser Schwingung entsteht. Die gegenseitige Wechselwirkung von Elektronenpaketen im Elektronenstrahl und Schwingung im Stromkreis führt zu einem exponentiellen Wachstum der HF-Spannung. Die Eingangsspannung verringert sich am Anfang der Wendel, weil sie ihre Energie an die Beschleunigung von Elektronen im Elektronenstrahl abgibt. Die Eingangsspannung wird mit Hilfe eines Dämpfungsbereichs noch zusätzlich verringert, um Rückkopplungen und Rückwärtsbetrieb zu verhindern. Durch diesen Prozess wird die Schwingung auf der Wendel auf nahezu Null reduziert, sodass die gesamte Eingangsenergie auf den Elektronenstrahl übertragen werden kann. Die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der einzelnen Elektronen bleiben jedoch erhalten und die Bildung von Elektronenanhäufungen durch das Einholen von langsameren Elektronen durch schnellere Elektronen setzt sich fort. Gängige Formen der Dämpfung sind die Beschichtung des Stützrohrs der Wendel mit einem verlustbehafteten Material oder die Verwendung einer Wendel aus einem Leiter mit einem höheren spezifischen Widerstand. Die Übergänge müssen schrittweise erfolgen, um durch abrupte Impedanzänderungen verursachte Reflexionen zu vermeiden. Neben der bereits gezeigten Drahtwende können auch andere Arten von Verzögerungsleitungen verwendet werden. Die Auswahl der Struktur der Verzögerungsleitung hat wesentlichen Einfluss auf die erreichbaren Parameter wie Verstärkungsfaktor, Ausgangsleistung und Bandbreite. Bei einer gegenläufigen Wendel werden zwei Drahtspiralen in entgegengesetzter Richtung gewickelt. Die Abmessungen beider Wendeln müssen identisch sein. Beide Wendeln haben an den Kreuzungspunkten elektrischen Kontakt und bilden einen kreisförmigen Leiter, der in einem leichten Winkel im Raum liegt. Eine gegenläufig gewickelte Wendel ist weniger empfindlich für Rückwärtswellen und ermöglicht daher höhere Betriebsspannungen, Ströme und Leistungen. Der Nachteil ist, dass sie geringere Bandbreite haben als einfache Wendeln. Eine Ring-Loop-Verzögerungsleitung verwendet konzentrische Ringe, die durch Schleifen verbunden sind. Diese Geräte sind im Vergleich zu herkömmlichen Helix-Wanderfeldröhren in der Lage, höhere Leistungen zu liefern, haben jedoch eine wesentlich geringere Bandbreite von nur 5 bis 15 Prozent der Mittenfrequenz und haben durch die Querkapazitäten der Ringflächen auch eine niedrigere Grenzfrequenz von etwa 18 Gigahertz. Besonderes Merkmal unter Betriebsbedingungen sind die hohe Kopplungsimpedanz und eine geringere Anfälligkeit zur Erzeugung von Oberwellen. Wanderfeldröhren mit einer Ring-Loop-Verzögerungsleitung können einen sehr hohen Verstärkungsfaktor, 40 bis 60 Dezibel, erzielen. Sie sind mechanisch etwas kleiner, erlauben eine höhere Betriebsspannung bei gleichzeitig geringerer Gefahr einer Selbsterregung durch Rückwärtswellen. Die Ring-Bar-Verzögerungsleitung wurde aus der Verzögerungsleitung aus gegenläufig gewickelten Wendeln entwickelt. Sie ist sehr einfach in der Herstellung, indem ein dünnes Kupferrohr mit präzisen Laserschnitt bearbeitet wird. Die Coupled-Cavity-Wanderfeldröhre nutzt als Verzögerungsleitung abgestimmte Hohlraumresonatoren, die der Elektronenstrom durchfließt. Diese haben wechselseitig Schlitze und bilden eine gekoppelte Leitung. Der HF-Pfad verläuft durch die Kopplungsschlitze in den Resonatoren im Zick-Zack und kreuzt somit ständig den Elektronenstrom. Durch die hohe Güte der einzelnen Resonatoren hat die Coupled-Cavity-Wanderfeldröhre bei einer wesentlichen Leistungssteigerung eine bessere obere Grenzfrequenz. Aber eben wegen der frequenzabhängigen Resonatoren auch nur eine sehr geringe Bandbreite. Dazu sind jedoch auch mehr als 100 einzelne Hohlraumresonatoren notwendig. Der gefaltete Hohlleiter ist ein serpentinenförmig gefalteter Rechteck-Hohlleiter, der durch diese Umwege die axiale Phasengeschwindigkeit der elektromagnetischen Welle verringert, um sie mit dem Elektronenstrahl zu synchronisieren. Er besteht aus einem gebogenen Hohlleiter mit einem kreisförmigen Strahltunnel. Verglichen mit der Wendelstruktur haben Wanderfeldröhren mit gefaltetem Hohlleiter eine geringere Bandbreite und eine niedrigere Wechselwirkungsimpedanz, können aber eine höhere durchschnittliche Leistung aufbringen. Gefaltete Hohlleiter können als linke und rechte Hälften in einen Messingblock eingefräst werden. Diese Technologie ermöglicht die Miniaturisierung der Verzögerungsleitung zur Verstärkung von Frequenzen bis in den Terahertz-Bereich. In der Regel ist eine TWT mit gefaltetem Wellenleiter für eine Strahlspannung im Bereich von 10 bis 20 Kilowolt ausgelegt. Um einen Bereich mit erhöhter Dämpfung wie bei der Helix-Wanderfeldröhre zu ermöglichen, wird der Hohlleiter kurz vor der Mitte getrennt und beide Abschnitte an dieser Stelle mit Abschlusswiderständen versehen. Die Anzahl der sich in einer Wanderfeldröhre bewegenden Elektronen ist konstant, nur deren kinetische Energie in Form einer Geschwindigkeitsmodulation kann sich ändern. Somit kann in einer Wanderfeldröhre nur eine Spannungsverstärkung geschehen. Da die Leitungsimpedanz konstant ist, führt eine höhere Spannung zu einem größeren Strom und damit zu einer höheren Leistung. Die erreichbare Leistungsverstärkung ist im Wesentlichen von der Eingangsleistung abhängig, siehe Diagramm. Wie aus dem Diagramm hervorgeht, hat die Verstärkung einer bestimmten Wanderfeldröhre bei einer kleinen Eingangsleistung eine nahezu lineare Kennlinie von etwa 27 Dezibel. Erhöht man die Eingangsleistung, so nimmt die Ausgangsleistung bei gleicher Verstärkung nicht zu. So kann eine Übersteuerung der nachfolgenden Mischstufe im Radarempfänger vermieden werden. Der relativ geringe Wirkungsgrad der Wanderfeldröhre wird durch die Vorteile der hohen Verstärkung und der großen Bandbreite teilweise wieder ausgeglichen. In Datenblättern wird die maximale Ausgangsleistung als Sättigungsleistung angegeben. Die Leistungsverstärkung hängt auch von konstruktiven Details ab, zum Beispiel von dem Aufbau und der Länge der Wendel und dem Durchmesser des Elektronenstrahls. Dieser ist durch die Intensität des Fokussierenden-Magnetfeldes einstellbar. Schließlich hängt sie von der Anodenspannung und der Kollektorspannung ab. Die Bandbreite einer Wanderfeldröhre hängt von der jeweiligen Verzögerungsleitung ab. Das Diagramm veranschaulicht die maximal gemessene Ausgangsleistung am Sättigungspunkt einer Helix-Wanderfeldröhre. Die extrem große Bandbreite der Helix ist die wichtigste Eigenschaft dieser Technologie. Keine andere Technologie kann in der Bandbreite mit der Helix konkurrieren, die meisten kommen mit ihren Parametern nicht einmal in deren Nähe. Ein wesentlicher Nachteil von Wanderfeldröhren sind die notwendigen Hochspannungen von bis zu 120 Kilo Volt. Das bewirkt zusätzlich notwendige Maßnahmen für Berührungsschutz und Isolation. Vor allem bei niedrigeren Frequenzen haben Wanderfeldröhren eine Länge von bis zu mehreren Metern. Hinzu kommt das Gewicht des Magneten. Selbst Miniatur-Wanderfeldröhren für den Submillimeterwellenbereich haben immer noch eine Länge von mindestens mehr als 20 Zentimetern. Hier haben Halbleiter Vorteile durch ihre Miniaturisierung. Der typische Wirkungsgrad der Wanderfeldröhre liegt bei etwa 10 Prozent, obwohl einige moderne Röhren 40 Prozent erreichen können. Das liegt unter anderem daran, dass selbst ohne Eingangssignal der Elektronenstrahl in voller Stärke erzeugt wird und dessen Energie im Kollektor dann in Wärme umgesetzt wird. Extrem kurze Sendeimpulse mit hoher Leistung sind mit Wanderfeldröhren erreichbar. Halbleiter benötigen für die gleiche Sendeenergie wesentlich längere Impulse, um die schwächere Impulsleistung auszugleichen. Eine der vorteilhaftesten Eigenschaften der Wanderfeldröhre ist ihre hohe Bandbreite und relativ niedrige Rauschzahl, die zu ihrer weiten Verbreitung beigetragen haben. Die Wanderfeldröhre weist zwar ein gutes Rauschverhalten auf, aber die Verzerrung nimmt in der Nähe des Sättigungspunkts erheblich zu. Durch die Aufteilung in sehr viele parallele Signalwege in einem Halbleiterverstärker entsteht dort in jedem Kanal ein nicht korreliertes unabhängiges Rauschen, das sich bei der Summierung teilweise gegenseitig aufhebt. Deswegen werden die Halbleiter hier als besser eingestuft. Eine Röhrenkathode muss geheizt werden. Das klingt als Nachteil, der übrige Röhrenanteil ist aber wenig empfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Umgebungstemperaturen von 250 Grad Celsius verkraftet die Wanderfeldröhre problemlos. Halbleiterschaltungen aber haben Nachteile, weil ihre Parameter temperaturabhängig sind. Bei sehr hohen Umgebungstemperaturen werden sie sogar zerstört. Wanderfeldröhren können ebenso wie Halbleiter parallel betrieben werden. Dieses geschieht in der Anwendung aber weniger häufig als bei Halbleiterverstärkern. Halbleiter sind in der Herstellung vor allem wegen der möglichen hohen Stückzahlen deutlich billiger. Die Wanderfeldröhre kann durch den Anwender mittels Änderung von Betriebsspannung und einzustellenden Strömen den jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Elektronenröhren sind im Allgemeinen unempfindlich gegenüber starker kosmischer Strahlung. Halbleiter können ihre Eigenschaften je nach Grad der Strahlungsbelastung verlieren. Ein Wanderfeldröhrenverstärker, dessen Ausgang eine Antenne ansteuert, ist eine beliebte Art von Sender. Sie werden üblicherweise als Verstärker in Satellitentranspondern eingesetzt, wo das Eingangssignal schwach ist und der Ausgang eine hohe Leistung haben muss. Wanderfeldröhrenverstärker, die in der Satellitenkommunikation eingesetzt werden, gelten als zuverlässig und überdauern in der Regel ihre erwartete Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren. Ein Wanderfeldröhrenverstärker, der für die Datenübertragung der Raumsonde Voyager 2, siehe Bild, unerlässlich war, funktioniert auch nach über 45 Jahren noch. Das James Webb Weltraumteleskop, das 2021 gestartet wurde, nutzt Wanderfeldröhren im KA-Band. Die Tabelle zeigt zum Beispiel Daten von einigen Wanderfeldröhren für die Satellitenkommunikation. Die Wanderfeldröhren, die eine Helix als Verzögerungsleitung verwenden, sind an ihrer hohen Bandbreite zu erkennen. Im Millimeterwellenbereich oberhalb von 40 Gigahertz werden überwiegend gefaltete Hohlleiter verwendet. Wanderfeldröhren mit Verzögerungsleitungen aus gekoppelten Hohlraumresonatoren werden als Leistungsverstärker oder als Vorverstärker für Hochleistungssender mit Kreuzfeldverstärkern oder Amplitronen eingesetzt. Sie haben eine wesentlich höhere Ausgangsleistung, aber eine geringere Bandbreite von 10 bis 20%. Die Abbildung zeigt einige der insgesamt 128 Wanderfeldröhren mit gekoppelten Hohlraumresonatoren, die im AN-FPQ-16-Radar in North Dakota im UHF-Bereich von 420 bis 450 Megahertz eingesetzt werden. Das Sendesignal ist 2,5 Millisekunden lang, linearfrequenzmoduliert und bietet eine Pulskompression mit einem Kompressionsverhältnis von 1 zu 100. Wanderfeldröhren-Sender werden in großem Umfang in Radarsystemen, insbesondere in luftgestützten Feuerleitradarsystemen, sowie in Systemen der elektronischen Kampfführung und des Selbstschutzes eingesetzt. Bei kleineren Radargeräten reicht eine einzige Wanderfeldröhre als Leistungsverstärker aus, wie das Beispiel des Skyguard-Senders zeigt. Die Wanderfeldröhre versorgt die unabhängig arbeitenden Antennen, die Rundum-Such-Antenne und die Zielverfolgungsantenne, über einen Leistungsteiler mit der Sendeleistung. Ich hoffe, dass Ihnen das Video gefallen hat. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.